Servus. So. Das werden wir jetzt mal schönes machen. Wir machen jetzt als erstes Träger Das haben wir gestern gemacht. Die Kühe habe ich gestern Abend geguckt, da was junges gekommen ist, ja. Da ist was. Eins plus. Ja. Oh, du, habe ich das Problem damit. Wenn ja bloß eins kommt. Das ist so süß. Okay, Heinz. Hm. Das war gestern Abend schon so. Das ist schon etwas größer. Oder habe ich das beim letzten Mal übersehen? Ich bin aber dreimal durchgelaufen. Keinmal gesehen. Hm. Na gut. Könnte das hier mit dazu gehören? Das ist genau so wie die. Hm. Na gut. Ich will das wahrscheinlich irgendwie übersehen. ich kann mir kein diese gröten hier rüberschaffen weil das alte immer noch im weg steht ach so warte da gehen wir gleich rein das war schon letztes mal alt das war schon letztes mal müsste ja schwanger sein merkwürdig eine ganz schöne alte sauerchen die kriegt es immer noch hin so dann wir mal jetzt gleich mal So, da können wir morgen früh auf jeden Fall das mal verkaufen fahren. Wie das Auto immer hier rauskommt, steht mir nämlich irgendwie relativ im Weg. Das nächste mal stelle ich das woanders hin. Das ist mir jetzt hier. Das ist mir jetzt hier. Gut. Und ich wäre jetzt mal schnell. Ist mir gerade eingefallen. Ich würde das noch die ganze Zeit machen. Geht's euch? Geht's euch gut? Ja. Geht's euch gut. Geht's euch. Uff. Geht's euch gut. Uuuuh Alter, der trifft doch hier was zusammen Ups Ziuuuu Brett Öff Stürröf Oh, immer dieselbe hier Mennige Schammer Ziuuuu Ufff Schauen wir mal was Achso, hier wollte ich noch was abwo Eine 16 17, 18, 19, 20 4 1 8 1 1 3 1 1 1 Wo wollt ihr denn hier schon wieder hin? Und die andere Kiste. Und hier. Und dort auf der Neue. Und hier ist auch da. Vielen Dank. So, müsste eigentlich alles gewesen sein. Ich wusste nicht, ob wir merken, was man gekauft hat. Oh, ich muss sagen, das war alles. Auf und drauf liegt nichts mehr. Gut, dann war das alles. Gut, dann war das alles. gut kommt auch ein gescheißen 20 300 600 900 da ist es mir auch hier achte sind das 6.000 euro wenn die besonders fieser wird deswegen weiß ich noch nicht weiter Bienen suche weil für das Geld noch vergrößere meine Bienenzucht oder ob ich die einfach so lasse mit den fünf rähmischen das ist ein paar E-dose Na, da wollte ich nicht hin, dort will ich hin. Steht ja, genau. Zwei solche Blütenbäume rum, das ist ja ja nicht herangekommen. Zwei solche Blütenbäume, das ist ja nicht herangekommen. Zwei solche Blütenbäume rum, das ist ja nicht herangekommen. Nennennennennennennennennn Nicht mit Aponeo Ja genau hier sollst du rein Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich muss das mal ausgehen. 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 Hey, blind? Ich muss das mal ausgehen. 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 das liegt dann hier am gelder holen könnte ich mir das holz locker aber ich hab gerade mal wieder löst mal wieder holz neu oder besser gesagt ein paar bretter selber zu machen was ist denn los? das stimmt, ich hab gedacht ich hab die Weile Tasse gedrückt das sind drei Bäume oh, ich glaube drei größere also der Inno ist auf jeden Fall größer und dann kommen wir das nämlich hier nebenbei ein und müssen wir uns nicht erst irgendwo hinfangen es fängt gleich wieder an mit regnen und schon in der dunkel das sind bestimmt ordentliche die Riesendinger hier wegmachen also die Riesende in der das ist bestimmt nicht wünscht in der in der in Ja. So, immer der Kälseger, Anistotalen, Schwerer, 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 so so hell ich das gerne so 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 Mit der Kreissäge geht es immer relativ schnell, wo am Anfang hat man ja das kleine Misting. Und da habe ich ja auch nur Holz gesägt, da hatte ich ja irgendwann nicht schnell zu voll. Aber jetzt habe ich schon wieder Lust gehabt und da dachte ich schon. Da stehen eh so viele Bäume schon wieder rum. Eigentlich schon noch zu viele. Da kann man ruhig mal wieder mal einsägen. Obwohl ich eigentlich genügend Geld hätte, um mir eigentlich den ganzen Tag noch zu holen. Und man weiß ja nie, vielleicht brauchen wir nur für irgendwas, was auch immer. Für was ich ja auch, wie was man im Teil ist. Vielleicht braucht die Bank ja mal einen Kredit. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Und hier habe ich schon wieder gut gemacht. Kann man sich bestimmen, ich will sie. Hier, zwei Stück noch, dann kommen wir erstmal zu den neuen, einballen schon mal. So, nüggets. So, nüggets. So, nüggets. So, nüggets. So. So. So, nüggets. So. 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 ein bisschen die inneren Richtung machen und mal gucken wie weit man da kommt. Lampen und sowas, dass das Öl fertig ist, sobald dann die Ziegen verarbeitet werden können. Gut und dann das Rindfleisch weitermachen, da habe ich ja schon angefangen, acht Kisten oder so hatte ich schon gemacht. Gut, wir haben morgen bestimmt. Mal sehen, mal nicht drauf hin, dort drüben weitermachen bei Kühen. Ja, bei Kühen. Gut, in Ordnung, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, tschau.